Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Megaman X mit Mr. Douglas XT. Diesmal zum zweiten Teil der Sigma-Festung. Äh, Festung, ja. Festung, 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 Festung. Und tiefer rein mit uns hier, ne? Ja, 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 na, 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 Fledermäuse. Okay, dann nehme ich das hier. Doof. Hm, okay. Du stirbst. Okay. Ich habe vergessen, wie die Sigma-Festungen gebaut waren. Ich habe es vor Ewigkeiten, kann Megaman X mal so intensiv gespielt. Okay, wem haben wir jetzt eigentlich? Das weiß ich gar nicht mehr. Ah, das ist, das ist, das erkenne ich doch hier. Der liebe Chill Penguin. Na? Na, mein Liebling? Ich auch wieder da, ne? Nervt nicht. Na? Wie geht's denn so? Na, nochmal? Er hat so richtig Bock drauf, wie ich sehe. Willst du es nochmal haben? Und nochmal? Okay, dann eben nicht. Oder so. Oder so. Du willst flachsen. Hier, bitte. Hier ist dein Geflachse. Okay, daneben nicht. Dann kriegst du noch einen Arschtritt hier vor der Flamme. Hui! Oder so. Ach, das geht ja so nicht. Aber du wirst trotzdem verbrennen. Und der Schweizer ist tot. Meins. Kampf der Titanen. Okay, hier sind ganz viele... Maulwurf-Mitarbeiter. Ich kann meine Maschine jetzt nicht mehr mitnehmen. Egal, dann lassen wir sie hier. Es ist sehr tragisch. Und ein sehr großer Verlust. Die brauche ich. Den brauche ich. Yes. Okay, hier ist noch einer. Okay, gut. Wow, das tut weh. Ihr seid doof. Ihr könnt... Ihr habt... Ihr habt wohl so einen Wandglitch. Das ist cool. Äh... Dreimal darf ich raten, oder? Ich glaube, das war das hier. Wenn ich mich nicht recht irre. Okay. Na, wie geht's denn so, Storm-Igel? Okay, das war das nicht. Was ist das? Ah, das war es. Ja, kotzen. Du hast tolle Kinder. Okay. Okay, nee. Bumm, hat's gemacht. Da wird der Elend nicht zerstört. Wisst ihr das? Der dritte Boss ist zerstört und vernichtet. Wie ein Elendiger. Ha, 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 ha. Ach, jetzt weiß ich, wer der... Wer der nächste Hauptboss ist. Okay. Du bist scheiße. Weißt du das? Du hast mein Schild kaputt gemacht. Dafür wird der jetzt Elend nicht verreckt. Stirb. Du bist eben nur so scheiße. So. Ach, gekannt ausgewichen. Äh, was war das? Ach, das war genau das hier. Ich glaub, ich weiß jetzt, wer der nächste Boss ist von den drei Sigma-Bossen. Ich glaub, es waren drei, ne? Ich bin mir nicht Sigma-Boss, aber da waren nicht vier. Keine Ahnung. Hallo. Na? Das ist das böse Auge. Auge stirbt. Und jetzt kommt dieses komische Teil hier. Was sowieso am... Auf den Sack geht! Und ich bin grad sehr doof in Sachen treffen. Ja, ich bin sehr doof in Sachen treffen, merk ich gerade. Okay. Es kommt wieder der... Das Ding hier. Okay. Sterben. Okay, weiter geht's. Jetzt öffnet sich wieder die Tür. Du grüne Auge. Grünes Augechen. Okay, das ist die totale Verschwendung, aber egal. Das ist jetzt kaputt. Das ist noch nicht kaputt. Okay. Wir haben's geschafft. Wow, das war sehr knapp, muss ich sagen. Hui! Feuerwerk! Das war der zweite Teil von der Sigma Fortress. Und wir sehen uns später oder bald beim dritten Teil der Sigma Fortress mit MrDouglas XT. Tschau! 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 Untertitelung des ZDF, 2020